Jetzt ist es so wieder der Mann mit der Holzgitarre. Ich dachte, ihr müsst euch noch die Dunen ohne Ehre. Also, er spielt schon wieder mit seiner beschissenen Holzgitarre. Ja, ein beschissenen Karre. Ja, bei der Maulung muss ich die. Ja, das ist ja dann bekannt. Ja, was ist das denn? 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 Das stimmt. Was macht ihr eigentlich da jetzt hier vor die ganze Zeit? Hier direkt vor meiner Nasicht, wie sie da gehen. Da sind die so gut duschen. Ich hab's nicht verstanden. Sollt ihr ja nicht in der Dekolleté gucken? Wie Epilepsie? Du meinst, wenn du in die Dekolleté guckst, wirst du epileptisch? Ja, das stimmt. Okay, ist schön. Ist doch schön. Ich hab trotzdem noch eine Frage. Könnt ihr noch singen? Das ist wichtig und besonders speziell bei diesem Lied. Denn Textsicherheit ist ja auch gefragt. Denn dieses Lied heißt Ein guter Tag zum... 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 Ich steh' hier, ich hab' da gebrochen zu sein, und der Heffel aus dem Haus. Die Frauen zieh' mich schon alle auf die Fresse, und die Katze hört ganz voll auf. Ich zieh' mir auf, und schwer zerbrüllt, halte ich mir meine Beine. Und während ich auf allen Leistern betritte, fällt's mir wieder an. Heute ist ein guter Tag zum Scherben, und das Leben geiles Spaß. Da wollen wir den Spaß verderben, an dem wir keinen Lust gewinnen. Ein guter Tag zum Scherben, und das Leben geiles Spaß. Heute ist mir aus Weißel, reiß' ich lieber gleich ins Gas. Das war sehr, sehr schön, Herr Kahn. Das ist wirklich ernsthaft. Bis hier letzte Woche ist uns nämlich was Blödes passiert. Da war eine erste Weile, eine Frau, die hat nicht mitgesungen. Die konnte offensichtlich den Text nicht. Aber nicht schlecht. Wir mussten sie dann also schimpfen dafür. Der Hannes hat, glaube ich, ein bisschen zu hart sie angefasst. Er hat gesagt, du Grecksau. Aber sie hat bis zum Ende des Konzertes geheult. Sie hat mir hinterher eine E-Mail geschrieben. Das war ihr sehr peinlich. Aber sie kam sich so bloß gestellt vor. Das war ihr erstes JBO-Konzert, und das nächste Mal kann sie ganz sicher alle Taps singen. Das ist ja so gelohnt. Es zeigt sich also wieder, Frauen wollen angeschissen werden, sozusagen. Im Kühlschrank ist die Stimmung, die Skulpturen feiern. Der fette Nadel ist nicht da. Ich steh mir so ein Kühlschrank zum Feiern. Die Beine ist so weit, die Wunder zum Wagen. Der Kaffee liest am Leben. Im Kronkondum sieht er schön aus. Denn im Fett, das ist ein Kühlschrank. Mein Autor hat die E-Mail. Der Kaffee liest am Leben. Der Kaffee liest am Leben. Der Kaffee liest am Leben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 8.